Salam alakum, meine Freunde. Kennt ihr dieses Meme? Zu wild, ey. Das ist... Ich glaube, wir blenden das jetzt mal ein. Hallo, ich bin der Alman des Vertrauens. Salam alakum, Freunde! Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf Wer schlechter schätzt, muss essen mit Crispy Rob und Smiley von Dima. Und ihr wisst natürlich, ich als Schätz-King, ja, muss da natürlich hier einschreiten und mal gucken, was die Jungs drauf haben, ob ich hier vielleicht gewinnen kann. Ich bin gespannt. Lasst eine Bewertung da und ein Abo, weil, Leute, die Tausender-Streak muss am Leben bleiben, ne? Wir haben jetzt jeden Tag über 1000 Abos gemacht, seit ich Reactions mache. Das ist wirklich ein so Ehren-Brother-mäßiger Support. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich sehr, sehr korrekt von euch. Checkt das Original-Video ab. Link dazu natürlich, erste Teil der Videobeschreibung, wie immer. Wir legen los. Abfahrt. Let's go. Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute mal wieder ums Thema Essen. Wenn wir drei uns treffen, dann wird etwas Ekeliges gegessen, aber diesmal ist es anders. Und zwar werden wir verschiedene... Achtung, Dieselfahrer! ...Zutaten hier hingestellt gekommen und müssen schätzen, wie schwer die sind. Und derjenige, der am schlechtesten geschätzt hat, muss die Sache essen. Ich hab Bock, Alter. Let's go. Ich glaube, das ist mein Game. Okay, easy. Also wir kriegen Lebensmittel. Man muss schätzen, wie viel das wiegt. Der, der am weitesten weg liegt, muss es essen. Okay. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Eigentlich bist du gut mit dem Halbieren oder so. Ja, mittlerweile hab ich so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt. Okay, ich bin gespannt, wie auch wenn es gewinnen wird. Okay. Unsere erste Sache ist... Ich weiß genau, was das ist. Das sind diese Erbsen. Du kannst es so abgepackt kaufen. Das sind diese Erbsen mit so Teig drumherum. Passt auf. Oh, Wasabi-Nüsse. Ja, alles klar. Wasabi-Nüsse. Okay, vielleicht doch nicht. Wasabi-Nüsse. Kennt ihr diese? Das sind so gesunde Snacks oder so. Okay, wir schätzen. Wasabi-Nüsse. Geil, bele. Okay, also jeder hat sein Handy zur Hand und versucht das Gewicht von allen Sachen zusammen ohne Teller. Nur die Sachen packen wir gleich drauf und gucken, wie schwer die sind. Okay. Wie, wie machen die denn das? Haben die so eine Zeichen-App oder so? Ich bin... Leute, das... Das sind professionelle YouTuber. Ich mache hier nur Reactions. Okay, egal. Ich mache einfach Textdokument, Leute. Abfahrt. Das sind fünf so Mini-Nüsse. Ich würde sagen, eine wiegt wahrscheinlich ein Gramm. Nee, über einen Gramm. Das sind drei, vier, fünf. Das sind 5,9 Gramm. Hm? Eins. 27 Gramm. 9 Gramm. Ich habe auch 9 Gramm. 27 Gramm wahrscheinlich. Das ist sehr viel, Alter. Was? 27, Alter? Okay. Jetzt ist es interessant, Freunde. 3 Gramm. 2 Gramm. Hä? Was jetzt? Ja. Muss ich alle essen? Bum, Alter. Punkt für den Benson. Ja. Sehr gut, erst der Runde. Ja, aber easy. Die sind ja auch noch lecker. Die sind lecker, oder? Ja. Seitdem ich diesen Löffel-Wasabi-Geschen habe, feiere ich das nicht mehr, aber ist okay. Ich dachte, du sagst gleich, seitdem du es gegessen hast, ist alles vorbei. Ist alles egal. Ja, hä, aber... Das ist ja noch lecker. Das ist ja gar keine Bestrafung. Okay, Wasabi, ein bisschen scharf so. Ich hoffe, es kommen noch ekligere Sachen. Mal gucken. Ich dachte, es ist etwas Positives dieses Format, aber anscheinend nicht. Nein. Okay, weiter geht's mit der nächsten Zutat. Let's go. Okay. Das ist was Leichtes eigentlich. Ingwer-Shot. Okay, super im Hype, Ingwer-Shot. Halte ich jetzt, halte ich ehrlich nicht so viel von. Okay, wir warten noch mal ein bisschen. Okay, der gute alte Ingwer-Shot. Da steht nicht drauf, nichts mehr. Das ist der Abend schon abgemacht. Das ist aber ein guter Gedankengang. Immer her. Ich habe hier lustigerweise eine Werbung an der Stelle. So eine 0,2er Sprite. Kennt ihr das? Aus so kleinen Flaschen. Die hat man ja normalerweise nur im Restaurant. Ich habe mir die aber... Ich lasse mir mal trinken und mal liefern. Weil so Glasflaschen habe ich keinen Bock zu tragen, bin ich ehrlich. Dekadenz, Leute. Muss man sich ja auch mal gönnen. Aus so Flaschen schmeckt es einfach geiler. Das schmeckt einfach geiler aus als aus 2 Liter Plastik. Kann mir keiner was erzählen. Ist einfach so. Und das ist ja schon... Das sind 200 Milliliter. Das ist... Ich würde sagen, das sind 75. 75 Milliliter. Nee, das ist aber... Das ist ja dickflüssiger. Ich würde sogar sagen 100. Das sind 100. Oder doch 85. Ah, ja, ja. Ich sage 80. Warte mal. Anpassen darf man eigentlich nicht. Darf man nicht? Ah. Okay. In Gramm ist schwierig, weil das ist ja nicht Milliliter normalerweise, oder? Ach so, machen wir Milliliter? Nein, Gramm. Nein, Gramm. Also wir können nur Gramm lieben. Ja. Das ist echt nicht einfach, ne? 3, 2, 1. 50 Gramm. Ich habe auch 50 Gramm. Warum? 75 Gramm. Das wird immer abgeschrieben von mir, habe ich das Gefühl. Das wird abgeschrieben. Okay. Okay. Ich sage, das sind genau 50 Gramm. Oh, was? Boom! 98? Ja, also die Sache ist, das sind bestimmt 50 Milliliter plus die Plastikverpackung. Die wiegt ja auch was. Wer von uns muss den jetzt trinken? Wer teilweise ist das, oder? Aha! Schätzexperte Benson, ich habe es immer gesagt. Ihr habt nie an mich geglaubt. Ja, Schlecher. Ich schnicken, wenn ich trinken muss. Ich verliere immer beim schnicken, Alter. Nein, 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 schnicken jetzt. Komm. Okay, okay. Schnick, schnack, schnuck. Boom, Alter. Stein gewinnt immer. So guckt er so verdächtig. Ist das eine Zwiebel? Oh, mit Schale wieder. Aber gewaschen, wie ich sehe, das ist ein Tropfen drauf. Das ist sauber. Nee, ist das geschält schon, oder? Also so halb geschält, ne? So ein bisschen. So dieses trockene, dieses komische so ab, ne? Ich vergleiche das immer mit... Eine fette Zwiebel. War es überhaupt eine Zwiebel? Ja, ich glaube schon. Ich habe gar nicht richtig zugehört, Alter. Äh, naja, ich würde sagen, die wiegt... Die ist schwer. Die ist wirklich schwer. Ich sag mal... 170. Ah, eher 100, aber ja. Bei der Schokolade kann ich gar nicht was erzählen, Alter. Easy game, easy game. 3, 2, 1. 140 Gramm. 180. Alle sehr nah beieinander. Alright. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die noch schwerer ist. Ich könnte sogar schätzen, 250 oder so. 90. Okay, Dinger, pack direkt drauf. Ich werde wieder verlieren. 100. Ah, alright. Was hatte ich noch mal gesagt? 170, ne? Oha, ich war auch sehr solider wieder hier, Alter. Das ist ja gar nicht weit entfernt. Nee, das ist echt gut. Gönn dir einen richtig saftigen Biss. Oh ja. Das ist eine leckere Zitrone. Das schmeckt. Das schmeckt, oder? Ach, das ist eine Zitrone. Eieiei. Wirklich? Das ist nicht schade, ist ja klar. Ach, jetzt check ich das erst. Das ist eine Zitrone, wo die Schale... Er hat einfach die Schale reingebissen, Alter. Das ist eine Zitrone, wo die Schale noch dran ist. Ich dachte, das ist so eine Z... Oh, Alter, völlig lost. Ich bin so lost. Ich... Kennt ihr das? So eine Zwiebel hat doch mehrere Schalen, irgendwie so drei oder vier Stück. Ganz außen diese braune, diese blättrige. Und wenn man die abmacht, hat die doch so eine gelbliche Schale. Also erst noch so eine rosa, so eine lila und dann kommt so eine gelbliche. Und ich dachte, das ist die. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die ist schon so teilweise geschält. Ja, moin, ist einfach eine Zitrone. Völlig lost. Nochmal, Leute. Einmal. Bruder, du machst alles schmutzig. Boah, das ist eklig. Zieh durch. Komm. Ah, gesund. Ah. Oh, fuck. Ah. Finger, was ist das? Ich habe ein Knirke im Finger. Aua. Oh ja, kennt ihr? Alter, ich habe mich einmal im Wirtschaftsunterricht, im Abi, da habe ich mich einfach an einem Blatt Papier, ich habe so die Seite umgeblättert, hatte so einen fetten Ordner. Bisher haben es schon viele von euch im Abi, Fertöre, die von euch Abi machen. Und da habe ich mich so an dieser Blattkante geschnitten, so am Finger. Ich habe den ganzen Ordner vollgeblutet im Unterricht. Nur weil ich mich an diesem Blatt geschnitten habe. Auf jeden Fall hat das jetzt gar nichts mit dem Video zu tun, aber ich wollte es einfach mal erzählen. Es ist leicht. Oh, Wachteleier, nein. Nein, Alter. Okay, da habe ich jetzt gar keinen Plan, wie viel die wiegen. Na, die werden zusammen wahrscheinlich die Hälfte wiegen von einem richtigen Ei. Ein richtiges Ei wiegt so um die 80 Gramm. Ich sage 38. Nee, geil. Gar nicht so gut. Ja, dann richtig schätzen, Jungs, oder? Müssen die die roh essen? Isst man? Nee, Wachteleier isst man doch... Sie riecht sich verzweifelt aus. Riesst man doch nicht roh, oder? Ich bin nicht, Wacht. Drei, zwei, eins. 19 Gramm. 30 Gramm. Was, 19? Ja. 90? Er mit Mitte safe. Dima safe. Äh, gut. Okay. Machst du nicht, der dir gesagt hat, ist leicht, Jungs, ist leicht. Ja, aber das Ding ist... Leck, leck, alle drei drauf, alle drei. Ready? Boah. Das ist Dima, ja. Ich hatte 37 oder so gesagt, ne, ich weiß schon gar nicht mehr, aber war stabil. Ein Gramm, ein Gramm war ich entfernt. Ach du Scheiße. Das erste, was ich nicht essen muss. Ich hasse die Dinger. Ich könnte das nicht. Boah, du musst alle drei essen, Digger. Können die richtig böse. Du hast die drei drauf gelegt, Alter. Können die richtig böse, Digger. Ganz schnell ein Stück einfach. Boah, ey. Boah. Das ist auch nicht geil. Ich kann es nicht rücken, gerade. Also, so tocken, ne? Darauf erst mal, oh nein, ich habe kein Trinken mehr. Ich bin bereit für die nächste Runde. Rob ist richtig gut weggekommen bisher, auf jeden Fall. Der hat doch nichts essen müssen. Eines der wenigen Spiele. Ach, siehst du, was ich meine? Oh, deine Augen tränen. Ich bin so am Campen gerade, Alter, mit diesem Eier. Oh, ich bin runter, Digger. Oh, oh. Okay. Eier die Runde, oder? War voll easy, Alter. Richtig freu ich. Okay, was ist das? Lieber essen? Das ist aber ganz schön großes Stück. Sehr großzügig gewesen. Was? Bei den Eiern habe ich mich so überschätzt, dann darf das nicht nochmal passieren. Drei, zwei. Hey, wartet mal, Alter, ich bin nicht so schnell. Ja, das ist nicht viel. Das wird 38, 31, 31er. Eins, 35 Gramm. 28, 27, oh nein, oh nein. Könnt ihr mich diesmal erwischen? Oh, doch viel leichter, als ich gedacht hätte, Alter. Gut, team. Geht das? Ja, das geht. Ist das mit Schale? Ich wollte nur Gesundes. Guck mal, Vitamin C, Ingwer-Shot, Ingwer-Frisch. Was, da kann es nicht sein? Das ist heftig. Das ist scharf, oder? Ist Ingwer scharf? Das ist scharf, ne? Da habe ich keinen Plan. Noch nie so ein Ingwer gegessen, Alter. So, also so als, so wie sie als Wurzel. Ich kenne das ja höchstens als Gewürz. Das ist, glaube ich, äh, äh, äh. Das ist halt echt nicht lecker, aber zieh einfach durch. War es lecker? M-m. Es ist ne Runde. Was ist los, Miley? Zu gesund? Jetzt kommt was Schlimmes. Ich seh das schon. Er guckt hier mal sehr verdächtig. Ja. Oh. Also, wer besser schätzt. Wer besser schätzt. Auch je nachdem. Was ist das? Bin ich dumm? Sieht aus wie eine Tomate, aber Tomate, Tomate wird's ja wahrscheinlich nicht sein. Was ist denn das? Die werden's ja wahrscheinlich gleich sagen. Ähm. Ja, ein bisschen schwer zu schätzen jetzt für mich, aber das ist schon ein dickes Ding. Ich sag, 58. Was für ein Spielzeug das ist? Ja, ja, das ist das Ding. Drei, zwei, eins. 40 Gramm. 53. 70. Wow, ich hab verraten. Okay. Ach, das ist ein Ü-Ei. Let's go. Ach, jetzt erkenne ich's. Das war aus der Tomate, Alter. Ich bin so anders lost. Okay, jetzt erkenne ich's natürlich auch. Überraschungsei. Ich hab erst mit Elina vor ein paar Tagen drüber geredet, ob's die Dinger überhaupt noch gibt, weil die sieht man im Laden. No joke, sieht man die einfach gar nicht mehr. Was hatte ich nochmal gesagt? Irgendwas, 58 oder so, ne? Gar nicht so leicht, das Ding. Teil mal. Ich glaub, ich war der Beste für euch. Was ist meine Uhr wert? Juckt mich den Scheiß. Wie viel ist das? Was? 32? 32? Mein Lieber. Mensch, was ungesundes? Das gönne ich mir jetzt. Und guck euch da mal in die Augen, Alter. Nee, ich singe das Spielzeug auftragen. Kann man das? Das ist mein Spielzeug, ich hab gebaut. Wer von euch hat das gesammelt, aber ich schreib's in den Kommentaren. Ich hab dieses blauen, ey. Ich hab alles gesammelt. Nee, gesammelt davon hab ich nix, ey. Was ich gesammelt hab, boah, das wird keiner von euch kennen. Das ist richtig oldschool. Wartet mal. Leute, jetzt wirklich. Das war damals Hype. Es gab damals zwei Hype-Süßigkeiten, die es heute nicht mehr gibt. Und zwar einmal so Vicky-Kekse. Kennt ihr Vicky den Wikinger? So, hey, Vicky, hey. Ja, die findet man nicht mal mehr, Alter, wenn man die eingibt. Vicky Schokokekse. Eieiei, nee, das findet der nicht, ey. Das war auf jeden Fall halt ein Schokokeks, wo drauf so eine Schokoglasur war. Halt in der Form eines, von Vicky. So, okay, das wollte ich euch aber auch gar nicht zeigen. Ist ja auch egal. Weißt du, ist, glaub ich, nicht Froop. Das hieß so ähnlich. Ufo Erdbeer-Joghurt. Genau. Ja, Froopo, genau, Alter. Die hab ich gesammelt. Äh, das ist quasi, das ist ein Erdbeer-Joghurt. Den gibt's, glaub ich, heutzutage gar nicht mehr. In der Mitte war auch immer ein Spielzeug. Und wir haben die Dinger dann immer ineinander gestapelt. Im Garten, so in der Gartenlaube haben wir die dann, äh, wir hatten No-Jogs so. Das sieht man jetzt nicht, aber einen richtig hohen Stapel an diesen Ufo-Dingern. Und da hatte ich richtig viel Spielzeug von. Hier die Froofus-Family, Alter. Junge, Junge, Junge. Hier, 93. 1993. Hey, da waren die meisten von euch, glaub ich, noch nicht mal auf der Welt, Alter. Oder? Wer von euch war das schon auf der Welt? 93. 3, 2, 1. Nein. Nein, was? Das ist eine Hörer-Neo, Alter. Ja, aber ich hätte gesagt Paprika. Super leicht. 12. Das ist zu viel. Ich würde schätzen... 3, 2, 1. 14 Gramm. 19. 30. Ui. 2, 3. Safe links, safe links. Die ist sehr, sehr leicht. 30 könnte kritisch werden. Obwohl, das ist nicht leicht. 30. Komm, leg drauf. Stopper. Ich hatte Unrecht. Oh, oh. Bitte. Oh, oh. 14 Gramm. Boomm. Auf den Gramm genau. Auf den Gramm genau, Freunde. Ey, ich muss nicht komplett essen, oder? Ja, aber die Hälfte. Bringen wir mal bitte Milch, Digga. Das geht nicht klar. Na, was ist das? Was ist das? Die Hälfte. Boah, ich esse die nicht komplett. Das ist eine Puckin Cabernet. Crispy Rob musste noch gar nicht essen, ne? Und Dima musste, musste Dima schon mal essen? Ja, einmal, glaube ich, ne? Ist ja maximal unfair. Er muss alles essen. Äh. Was schaffst du? Vielleicht ist die Geige scharf. Ja, wird zu viel. Saftig, oder? Bisschen saftig. Ich muss jetzt leider sagen, ich hasse scharfes Essen. Ich kenne mich da auch null aus. Ich habe keine Ahnung, wie scharf das ist. Ich würde das sowieso niemals essen. Never ever würde ich sowas essen. Boah, komm, das ist langes Jahr. Ja, das brauchst du gar nicht verdecken. Man sieht das von unten schon. Das ist das Sushi-Blatt. Oh, das ist lecker. Nori, oder? Okay. Schwerer, als man denkt. Ich sag... Ne, das ist schon schwer, ne? Das ist groß. 48. 48. 3, 2, 1. 3 Gramm, 5 Gramm. Ich habe einen Glauben. Ich glaube, das kann man gar nicht wiegen. Ja, aber... Ups, ey. Ja, schau mal, Alter. Guck mal, das ist ein Blatt Papier, Alter. Leg's einfach mal drauf. 3 Gramm, 1 Gramm, Alter. Warte mal. Was sagst du? Ich fein. Das wüsste ich ja komplett... Ja, ha. Ups. Ist nicht schlimm, das schmeckt gut. Jemand nimmt wieder Stein-Safe. Schnick, schnack, schnuck. Okay, doppelt verschissen. Kacke. Das ist normal, glaube ich. Das ist geil, oder? Ich würde es auch gerne essen. Ich mag es. Oh. Na, das ist schon geil, aber ich glaube, so trocken, nur dieses Blatt ist schon ein bisschen ruppig. So glaube ich, tatsächlich. Da kenn ich das gar nicht. Ich? Okay. Das will ich nach 5. Ja, ja, voll. Man kann es gar nicht kaufen, ne? Mhm. Ich finde es auch nicht so geil. Ich guck mal. Das ist das Letzte, oder was? Hat der jetzt nochmal richtig reingekloppt? 3, 2, 1. Nein! Apfelkapern, Digga. Ich hasse Kapern. Ich hasse Kapern. 3. Ich liebe Kapern, die sind so geil. Wie kann man das nicht geil finden? Ja, okay, die sind groß. 3, 2, 1, 12 Gramm, 14 Gramm, 22 Gramm, 22 Gramm, 22 Gramm, 22 Gramm, 22 Gramm, die sind schon schwer. Bei den letzten Beinen habe ich aber, kommt, also, ja, kommt. Was? Einen Gramm verschätzt. Das ist ja jetzt das Schlimmste, eigentlich ein ganzes Wecker, oder? Ich weiß nicht, wie so Menschen das lecker sind. Ich verstehe das auch nicht. Vor allem in so einer Riesenform. Ich dachte vor lange... Ja, so riesig wird... Also, so riesig kenne ich die auch gar nicht. Ich kenne die nur so klein mit Königsberger Klöpsen oder so. Geil! Das Kapern. Oder am Salat. Geil! Ich wäre. Ja, ich habe das auch. Ich auch. Weil es gibt ein Rüschchenfeld, also heißt auf Rüschchenkappe. Ja, glaube ich. Ich muss sagen, ich hatte heute richtig... Ich war in gar nicht viel, oder? Da musst du nicht einmal essen, Junge. Wild, Alter. Ich glaube, das war es mit dem Video. Lass mal kurz, äh, looky, looky machen. Äh, ja, dir schätzt nichts mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt das, äh, checkt den Link in der Videobeschreibung natürlich auch mal aus zum Originalvideo. War ein sehr, sehr cooles Video, hat mir sehr gefallen. Lasst ein Like und ein Abo hier da. Wir müssen die Tausender-Streak, müssen wir halten. Das wäre sehr, sehr Ehre. Wir sehen uns auch dran, euer Rensort. Ciao!